ARD Text im Auftrag von Funk 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 Oh nein! Oh nein! Scheiße, Zolli! Ich hab's zu dir. jetzt bei dir los beleuchtet nicht aber der leute nein er braucht ihn wieder Und ich verpasse natürlich, wen ich zerstören will, und damit hat er ein Vorhaben. Ne, egal, jetzt. Boah. Und wir spielen direkt über mich drüber. Aber der verteidigt echt gut, der Typ. Jetzt spielt er wieder mir vorbei, als ob er immer weiß, wo ich mich hinstellen will. Ja, ich bin so gut dafür. Aber zumindest kann ich den Kontakt locken. Ja, der kommt, komm, komm, komm. Ja, endlich. 1-1. Das musste jetzt einfach reisein. Der war genauso mies für den wie der vorhin für mich. Helfer, du. Jo. Gut. Ja. Ja. Ich weiß schon, warum ich mir am Anfang immer Nitro hole. Weil dann genau sowas für mich wirklich ist. so, innerhalb von 7 Sekunden 2 Tore geschossen. Was wir 4 Minuten lang nicht hinbekommen haben. Jo. Ich weiß nicht, was der da grad probiert hat. Und zack. Ja. Ach komm. Das waren Dessels. Ich hoffe, was der probiert hat. Keine Ahnung. Der hat von der Seite gegen den Ball und der hat einfach voll verkrackt. Okay. Okay. Ja, ist doch okay. Ja, ist doch okay. Ihr wollt das so spannend machen. Den ich direkt am Anfang zum Lieben auffordern. Der hat dann Megaskill ist. Boah, ne. Ja, den macht er mit in die nächste, glaube ich. Ich wär da gewesen. Heckelkick. Aber ich dachte schon, ich wüsste. Ja. Ja. Aber mit den Luftbällen hab ich auch ewig lang geübt, dass ich die gebrochen hab. Ja, so und dann. Wertvoll. Ja. Ich bin wertvoll. Mit 3 Toren. Ah ne, 2. Gerne, der hat auch eines geschaffen. Das erste. Den Bann gebrochen hat. Und dann hab ich angefangen. Zweimal direkt drauf. So, jetzt spielen wir wieder ein 3 gegen 3. Wenn noch der letzte Spieler gefunden wird. So, du musst den Nitro holen. Jo. Rechtsrum. Komm direkt zu dir. Deswegen musst du immer rechtsrum Nitro holen, weil der fliegt nämlich immer in die rechte Ecke. Ja, die haben Anstoß so. Boah, er leckt. Ja, aber du hast eigentlich einen Rückenpick und zwar Teammitglied haben, den hat man denkt. Ja, aber du hast eigentlich einen Rückenpick und zwar Teammitglied haben, den hat man denkt. Oh, der kommt. Nein. Oh, sorry. Ich glaube hier noch. Highstand vergessen. Der Gegner. Sauber. Er trifft da doch mal den Flugball. Ja, nein. Hopp. Ach, scheiße. Nein, ich hab auch verkackt. Nein, ich hab auch verkackt. Ich hab auch verkackt. Natürlich bleibt mir den Littraum im Trüger. Oder? Ich hab keinen Nitro mehr im Tor, das ist irgendwo. Und dann beginnt es wieder, die Leute platzen und Cerberus startet die ganze Zeit Planetzeit und schließt es und startet und schließt es und startet. Keine Ahnung was der tut. Ich hab aufs Scoreboard geschaut. Okay, okay, okay. Ich hab irgendwie alle Gegner nur durch die Luft geworfen. Jetzt müssen wir mal angucken, was ich für die Gegner gewartet habe. Da hat der sein Last Touch, dann geht der Ball hoch, jetzt springt und werft alle Gegner rum. Da standen alle auf meinem Dach drauf irgendwie. Verbinden. Ja. Äh. 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 from the glory of the story wieder an Planetzeit. So. Nein! Ich hatte keinen Nitro. Oh Weckgeschubst, weckgeschubst, weckgeschubst Anschließt mir nicht den Ball Den hol ich nicht bis vor Und vor Schönes Ding und der Gegner hilft uns amachen vorzuschieben Jetzt stoppt ihn an und dann ist er drin Sauberes Ding Und nein Ich hab zwei von ihm weckgeschubst Aber ich kann ihn rausziehen und ich kann auch zwei von ihm Vielleicht sind wir hier stehen Oh fuck, ich dachte wir hören den Aber ich tut mir leid Jo, ich bin im Tor Ja, aber Moody muss ich den machen selbst Ich hab kein Nitro mehr Ich hab kein Nitro mehr Nein, ich werd gesprengt Den hätt ich sowas von gemacht Was, das war der Last Touch? Hat der Gegner den reingemacht, der mich gesprengt hat Ja, das war echt Geil Hätten auch mich machen lassen können Hätten nicht viel geändert Und er schießt ihn rein Und er schießt ihn rein Danke, danke, danke Danke Das ist nett von dem, oder? Das passiert glaube ich, wenn man die Ballkamera nicht anhat Das passiert glaube ich, wenn man die Ballkamera nicht anhat Ich glaub der hat sich Nitro geholt Und ist die Runde zu Ende gefahren und hat einen Ball erwischt Ja, kann auch sein Auf jeden Fall haben wir jetzt das zweite Spiel von drei gewonnen Und ich würd sagen, das war ein Sieg Geiler Sieg Und wir sehen uns das nächste Mal in einer weiteren Folge Rocket League Und bis dahin, servus und ciao 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 Bis zum nächsten Mal.